Hallo, ich bin Papa von Daniel in der U16. Wir spielen heute unser erstes Meisterschaftsspiel gegen NRC. Die Hinrunde haben wir 5-0 gewonnen. Ich hoffe, dass der Saisonstart diese Woche auch wieder sehr gut verläuft. Die Bursche sind gut drauf, gut motiviert und ich hoffe, dass das heute wieder ein schönes Spiel wird und dass die Burschen auch die notwendigen Tore schießen für die nächsten drei Punkte. Sechs Punkte haben wir schon erreicht und das Ziel ist zwölf Punkte. Natürlich, dass für den Aufstieg in die Verbandsliga ganz wichtig wäre. Ja, es steht 5-1, 3-2. Ich habe zwei Tore geschossen, eine Vorlage und ich hoffe, wir werden jetzt auf mehr Tore schießen. Hallo Leute, wie ihr seht, haben wir 5-2 gewonnen. Sehr guter Spiel. L.A.T. Super. Super. Nein, es war ein gutes Spiel. Ich glaube, wir haben unsere Leistung unterstrichen. Von der Vorbereitung nach und so soll es weitergehen. Danke. Hallo. Er muss auch, er muss auch. Ich muss auch. Ja, super Spiel, drei Punkte mitgenommen. Aber leider, ich habe es nicht gemacht. Nächste Woche geht es wieder weiter. Wie war das Match? Wie war es, Fadi? Also, uns hat es sehr gefallen, aber wir sind ganz scheiße. Ja, egal. Das ist Fußball. Darf ich meinen Insta sagen? Trainer, wie war das Match? Ein bisschen was erzählen? Ja, wir haben nicht hochgewonnen. Wir machen nichts? Das ist Fußball. Hast du eine Worte, wie war das Match? So schlecht? Was soll ich sagen? Aber mach nichts. Okay, tschüss. Ich war der Beste. Wie war das Match für heute? Sehr cool, danke. Danke für einen. Wie war? Es war ein gutes Spiel, aber wir müssen viel mehr Tore machen. Das ist ein Quatsch, was wir da teilweise zusammenspielen. Ja, wir haben gewonnen. Ich glaube, 7-2 oder sowas. Wir haben ziemlich gut gespielt. Und ich hoffe, es geht so weiter. Wir haben 6-3 gewonnen. Hoffentlich geht es weiter und wir steigen die WV-Liga auf. Das Spiel ging 6-3. 6-2 aus. Freddy, 6-3? 6-2? 6-2. Das Spiel ging 6-2 glücklicherweise aus. Ich habe zwei Tore noch immer nur geschossen. Die hat der Hälfte mich rausgekommen. Die Mannschaft hat gut gespielt, nur positiv gesprochen. Und ja, NAC war nicht schlecht. Es war unser erstes Ligaspiel. Das Spiel ging 6-3. 6-2 aus. Freddy, 6-3? 6-2? 6-2. Das Spiel ging 6-2 glücklicherweise aus. Ich habe zwei Tore noch immer nur geschossen. Die hat der Hälfte mich rausgekommen. Die Mannschaft hat gut gespielt, nur positiv gesprochen. Und ja, NAC war nicht schlecht. Es war unser erstes Ligaspiel. Es ist wichtig, dass wir unser erstes Ligaspiel auch gut vollendet und gebracht haben. Es ist echt schön. Viel Spaß! Es war sein Leben dunkel, doch weiß Licht an dem Ende des Tunnels. Um FIFA zu kaufen, da braucht er kein Pfarrer. Denn er ist selbst ja der Mann auf dem Cover. Wir haben Sieg mit 19, das ist viel zu krass. Man etwas, was Ronaldo noch nicht mal geschafft hat. Einen Gewinn gibt's nicht ohne des Kampfes. Aber ich finde es lustig. Sein Erfolg kennt wohl kein Ende. Der Himmel ist nur die Grenze, Weltmeister, Weltneunzehn Yard Okay, super, oh ein, oh ein, so Hey, Schiri! Was? 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 1 zu 0 für N.H.C. Nummer 8 von N.H.C. Nummer 8 von N.H.C. hat doch geschossen. 1 zu 1 für L.H.C. und N.H.C. Gleichstand. Gleichstand. Unsere Nummer 6 hat Tore geschossen. Erste Tore. 2 zu 1 für Ella. N.H.C. Nummer 9 hat zweite Tore geschossen. Nummer 9 von L.H.C. 3 zu 1. 3 zu 1. Elias hat mit den Tore geschossen. 3 zu 1. 3 zu 1. N.H.C. Elias hat dritte Tore geschossen. Zu 1, zu 4, er bleibt sie. 4, 1. Welche Nummer? 2, 4, 1. Nummer 2, halbgetarren, ist schon schön. Jetzt. 2, 2. 4, 3. 4, 3, 2. 4, 3, 2. 4, 3, 2. 4, 3, 2. 4, 3, 2. 4, 3. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. 5, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 8. 5, 7, 8. 5, 6, 8. 5, 6, 8. 5, 6, 8. 5, 7, 8. 5, 7, 8. 5, 7, 8. 6, 9, 8. Im Handel ist der Mann und der Mann. Ich glaube, ich glaube, dass die sich nicht mehr wachsen. Das war's für heute, und doch nicht mal geschafft. Und ein Gewinn gibt sich ohne des Kampfes immer wieder. Ich spürte jetzt deine eigene Mann. Und der Mann hat uns das Wasser ab, und der Mann hat uns das Wasser ab, und der Mann hat uns das Wasser ab. Wir kommen wieder auf. Wir kommen wieder in deinem Land, und wir kommen schnell vor die Karte. Ich schau nicht, ich schau nicht. Ich schau nicht, ich schau nicht. Ich hol jetzt die Hände. Wenn du besiegt. Ich schaue nicht. Das war's. Ich schaue nicht. Der Himmel ist ohne Grenze. Weltmeister mit 19 Jahren. Die meisten Zeit im Alter kommen nicht mehr klar. Kälte, I don't care, wie ein Keller. Jetzt streiten wir dich immer wieder. Ich kann ruhig besser sein. Aber MOP ist einfach schneller. Nächster, nächster. Hey, MOP ist einfach schneller. Schneller, schneller. Hey, MOP ist einfach schneller. Falschere Heer, steif auch. Nur das Elfmeter? Ja. Was war? Nicht Elfmeter. Was ist das Problem? Ja, sagen wir schon zwei. Nummer 3 von NAC schießt aus. Jawohl! Natürlich. 5 zu 2. 5 zu 2 für Elfmeter. Elfmeter. Ja! Und jetzt geh, und jetzt geh. Das war ja faul, oder? Ganz ruhig! Ja! Wo ist es denn vorhin? Ich weiß nicht, was ich nicht bin jetzt. Was ist eigentlich nicht... Warte, komm! Was ist das? Schöne, 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 Schöne. Schöne, Schöne. Schöne, Schöne. Schöne, Schöne, Schöne. Schöne, Schöne. Schöne, Schöne. Schöne, Schöne.